Hallo, grüße euch Paraguay Live. Wie immer aus Paraguay. Liebe Grüße, heute wieder wärmer und wie ihr seht, blauer Himmel und schönes Wetter. Heute wieder aus der Reihe Fragen und Antworten, also Q und E. Ihr fragt mich immer wieder, Pit, welche Sprachen, also es geht um Sprachen, in diesem Video, fragt mich immer wieder zuerst, welche Sprache spricht man in Paraguay? Und die zweite Frage ist von euch gestellt. Wie habe ich die Sprache gelernt? Und darüber sprechen wir in diesem Video. Okay, erzähle ich euch. Bleibt dran. Also über Sprachen, also in Paraguay spricht man eigentlich drei Sprachen. Ja, drei. Zwei sind offiziell, sorry, das ist natürlich Spanisch oder so eine Art von Spanisch, also praktisch Castellano nennt man das. Und die zweite Sprache, offizielle Sprache, ist Guani, also die indianische Sprache. Im Endeffekt wird so eine Art wie Castellano gesprochen, also nicht ganz Spanisch, aber sowas ähnliches. Aber wie gesagt, es wurden auch Fragen gestellt, also mit Spanisch kommt ja auf jeden Fall weiter. Also wenn ihr, sag ich mal, die Grundbegriffe kennt, also Spanische ist das überhaupt gar kein Problem. Das sind so paar Nuance, die man nachher sich, sag ich mal, aneignen kann im Laufe der Jahre, beziehungsweise Monate, die ihr nachher in Paraguay lebt. Die zweite Sprache, die ist der Guarani, also die ist schon, also schwer, schwer. Zum Beispiel, Mbaeishapa, da sagt man so ungefähr, Hola, Ketal, wie geht's und so weiter. Und zum Schluss sage ich euch, nochmal gebe ich euch einen kleinen Tipp. Und müsst ihr gut zuhören, aber natürlich bleibt nochmal dran. Also die dritte Sprache, beziehungsweise, also wie gesagt, Castellano, also diese Art von Spanisch, dann Guarani und Giopara. Also Giopara, das ist, sag ich mal, diese Mischung praktisch aus indianischen Sprache und aus Castellano, also Spanisch. Die Verlegung also ist so, dass, also die meisten Leute, sag ich mal, die meisten Menschen sprechen Spanisch, beziehungsweise Castellano in den Großstädten. Ja, da gibt es natürlich auch Paraguayer, die da nicht mal Guarani verstehen. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass man also zumindest, ja, die Grundbegriffe in Spanisch kennt. Es ist ja von Vorteil. Schaut euch das an. Ganz am Rande ist es nicht top, ja, im Winter, so ein tolles Wetter. Und die Palmen zu haben, einfach klasse. Aber zum Thema, wie habe ich Spanisch gelernt, beziehungsweise Guarani? Also ganz einfach, sicherlich nicht in den deutschen Kolonien, ja, oder nicht in den Ausländen kolonieren, sondern man muss oder man sollte eigentlich mit den Paraguayern, sag ich mal, bewusst mit den Paraguayern, in Anführungszeichen, zusammenleben. Ja, also man sollte schon Maul aufmachen, sozusagen, und so lernt man am schnellsten die Sprache. Also wir haben, wie gesagt, paraguayische Nachbar und haben es nie bereut. Warum? Weil es einfach so ist, wenn man nach Paraguay kommt oder grundsätzlich auswandert, sollte man doch vorwiegend, ja, mit einheimischen Leben, ja, um die Kultur kennenzulernen, um das Land kennenzulernen, um die Sprache eben kennenzulernen. Das ist ja doch wichtig. Man kann doch nicht unter Deutschen, unter Polen, unter Russen und wie auch immer nur da in diesen Kolonien zu leben. Also das ist nicht meine Sache, ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Deshalb, so habe ich Spanisch gelernt, also früher durch die Reisen, also wir waren natürlich auf Mallorca, auf der Kanarischen Insel und so weiter, Spanien. Also ihr sicherlich auch, reist viel und so lernt man natürlich die Sprache, aber das war wenig. Also das meiste haben wir natürlich hier in Paraguay vor Ort gelernt. Man kann natürlich auch, sag ich mal, Lehre nehmen, also wir haben es einfach so gelernt, sprechen nicht perfekt, aber es reicht 100 Prozent. Man kann sich top verständigen, ist überhaupt gar kein Problem. So, mit der Guarani-Sprache ist es das Gleiche. Man lernt natürlich von den Leuten, mit den Leuten, wenn man mit den Leuten zusammen ist, so lernt man einfach die Sprache im Laufe der Jahre. So war das bei uns. Und dann, wie gesagt, wie versprochen, der letzte Tipp für euch. Also, wie gesagt, zu diesem Tipp ist sehr wichtig. Zum Beispiel auf Spanisch das meistbenutzte Wort, wenn man fragt, ah, wie geht's dir, also hola, que tal, sag mal tranquilo. Also tranquilo benutzt man in sämtlichen Sachen. Also, wie geht's dir, ah, tranquilo, wie geht's deine Mutter, auch tranquilo, ja, und so weiter. Also diese tranquilo, also ruhig, in Ordnung, es funktioniert immer. Aber, da der kleine Typ, sagt ihr einfach tranquilo, pa, einfach tranquilo, pa. Das ist diese Giopara. Also im Prinzip, die Paraguayer hängen nun diese pa zum Schluss. Und so habt ihr schon das erste Wort in Guarani, beziehungsweise in Giopara gelernt, okay? Also, in diesem Sinne, benutzt das sämtliche Fragen bezüglich Sprachen, einfach darunter stellen, einfach die Kommentare benutzen, stellt einfach die Fragen, was euch interessiert. Und ich werde gerne die Fragen beantworten. Bitte nicht vergessen, einfach den Kanal zu abonnieren. Links habt ihr immer in Kontakt zu mir, falls ihr mich, uns mit meinem Gerätchen anschreiben wollt, telefonieren oder per E-Mail, gar kein Problem. Wir beantworten die Fragen ganz gerne. Also, in diesem Sinne, Giagiotopata, müsst ihr selber herausfinden, wie das heißt. Macht's gut. Bis dann, in diesem Sinne, immer Likes nach oben und Kanal abonnieren. Bis dann, bis zum nächsten Video. Ich bin mir sicher, es hat euch Spaß gemacht. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.